Es geht weiter mit Webmapping-Applikationen. Pirmin Kalbarer aus Zürich von der Firma Swuspol wird referieren über den Kugis Web Client 2. Das ist auch ein Open Layers basierter Client, der spezialisiert für die Zusammenarbeit mit Kugis Server. Besten Dank. Wir gehen jetzt wieder zurück nach zwei Dimensionen. Kugis Web Client 2, Vorstellung nur ganz kurz. Wir sind eine Firma, die eigentlich vor allem Kugis Entwicklung macht. Seit 2003 Kugis Kernentwickler und WebKis, also das, was Sie jetzt hier sehen, als Software oder auch als Dienstleistung mit zusätzlichen Support natürlich. Ziel von Kugis Web Client 2, was ich jetzt hier vorstelle, war eine neue Generation vom Kugis Web Client mit einem modernen, vor allem Responsive UI, also das Mobil gut funktioniert, einfach zu bedienen ist, soll skalierbar sein, modulare Code, war ein bisschen schwächend vom Vorgänger und halt der aktuelle Stand der Technologien. Als wir begonnen haben, war es noch Open Layers 4 und der Rest noch Open Layers 6, React, JS, Webpack und so weiter. Da gehe ich noch ein bisschen darauf ein. Das war das Ziel. Und die GUI-Vorgabe sah so aus und so ist eigentlich auch mehr oder weniger herausgekommen. Das heißt, halt auf verschiedene Größen bezogen, angepasste GUIs, gewisse Teile, die wegfallen, andere Teile, die angepasst werden. Ja, also das wurde zuerst einiges an Design- und Denkarbeit reingesteckt, bevor wir da begonnen haben und das umgesetzt haben. Ein weiteres Ziel ist eigentlich, dass es wie GUIs Web Client 1, dass es funktioniert mit reinem GUI-Server, also dass es keine zusätzliche Software braucht. Wir haben auf der Server-Seite GUI-Server, der GUIs-Projekte analog dem Desktop-Cougies darstellt. Und das ist eigentlich die Stärke von GUI-Server. Ich habe die identische Kartendarstellung plus auch PDF-Druck mit den Druckvorlagen. WMS mit den spezifischen Erweiterungen für GUIs-Server, das kann im GUIs Web Client dargestellt werden. Also das ist quasi der minimale Betrieb, den man mit GUIs Web Client machen kann. Technologisch, React.js, Redux, OpenDR6. Also wir haben uns da zuerst auch noch Leaflet unterstützt, aber wir haben uns da konzentriert auf OpenLayers. Es gibt ein bisschen weniger Arbeit und in unserem Umfeld ist OpenLayers einfach häufiger eingesetzt. Dann halt auch Modernisierung. Die JavaScript-Welt wurde jetzt ein bisschen komplizierter, sagen wir, für Nichtentwickler. Also heute macht man nicht einfach ein JS-File und ein HTML, sondern es gibt so eine ganze Build-Tool-Chain. Also ich habe Node.js und dann habe ich Webpack, der mir aus vielen Quellcode-Files ein komprimiertes, optimiertes JavaScript und CSS macht, das dann entsprechend schnell lädt. Und auch nur die Teile enthält, die ich für meine Applikation benötige. Das war halt auch ein technischer Schritt in dieser Implementation. Und dann auf der Server-Seite natürlich Kugieserver. Prinzipiell würden auch andere WMS-Server funktionieren, aber wir haben uns bis jetzt auf Kugieserver konzentriert. Und wie schon erwähnt, das ist die Minimalkonfiguration jetzt optional. Brauchen wir weitere Komponenten, wenn wir Datenbank-basierte Suche machen wollen, wenn wir Permalinks machen wollen und so weiter. Und das wird dann auch ein größerer Teil von dem Vortrag. Die Kernfunktionen, das sind so typische Sachen, Themenwähler, Layer-Bau, Feature-Info, Suche mit Online-Providern, Messwerkzeuge, Redlining, PDF-Druck, Screenshot, Rasterexport, BMS, WFS-Import, KML-Import und Kartenvergleichs. Ich werde das gleich zeigen in der Demo, darum gehe ich jetzt auch nicht weiter auf ein. Was weitere Server-Komponenten benötigt, aber im Client auch drin ist, ist Datenbank-basierte Suche, sind Permalinks, ist eine Reporting-Funktionalität, also wo ich PDF-Reports aus Datenbank machen kann, Editier-Funktionen, Layer-unabhängige Informationsabfragen, wo ich zum Beispiel die Höhe anzeigen kann an einem bestimmten Punkt. Die Legendendruck haben wir jetzt separiert, dass man separat eine Legendendruck kann, kann Höhenprofile anzeigen und jetzt gibt es auch noch so eine Selbstregistrierungsfunktion. Das wird eigentlich schon hauptsächlich von Sourceball entwickelt, aber es gibt diverse Leute, die beistören, also nur schon bei den Übersetzungen sieht man, das ist nicht alles von uns und auch es kommen immer wieder Inputs und kleine Pull-Requests oder Code von anderen Leuten, denen wir einfließt. Jetzt würde ich eine Demo machen, dass man das gerade besser vor Augen hat. Ich habe jetzt gerade das Originalbeispiel vom Design, das ist Kanton Glarus. Ich habe so die Standard-Navigationswerkzeuge, ich kann die Hintergrundkarte wechseln, ich habe Suchfunktionen, oder ich beginne mal mit einem Thema, ich nehme jetzt amtliche Vermessung, das ist nicht super schön, aber noch recht anspruchsvoll vom Server-Code her. Was wir bis jetzt gesehen haben, war WMTS, einfach kacheln und jetzt sind wir, jetzt war es mal langsam genug, dass man es gesehen hat, jetzt sind wir im WMS eigentlich, wo wir WMS über den Hintergrund und WMS drüberlegen. Nicht gerade eine super schöne Ecke da, aber das ist jetzt amtliche Vermessung, so ein standardisiertes Thema. Ich suche jetzt mal einen Ort und wir haben hier eine kombinierte Suche, das heißt, man sucht nach Namen, nach Straßen, nach Adressen. Ich gehe jetzt mal an eine Adresse, ich sehe jetzt hier gerade eine Grundstücknummer, die ich verwende, 1059, das heißt, das ist einerseits ein Flurstück oder eine Gebäudenummer und wenn ich die wähle, habe ich da natürlich auch Selektierung, weil die Geometrie mitgeschickt wird. Man kann das auch feiner variieren, nach was man sucht, also man kann ja auch einschränken, dass ich nur nach Gebäuden suche oder nur nach Adressen. Das sind so die verschiedenen Suchprovider, die zur Verfügung stehen. Was ich auch machen kann, ich kann hier auch weitere Layer, also Datenebenen suchen oder Karten-Ebenen suchen. Ich nehme mal hier eine Zone, die es hier gibt. Wir sind hier im Land, da wird es Landwirtschaftszonen geben. Das heißt, ich habe jetzt eine Zone hinzugeladen oder ein Layer hinzugeladen, der ist jetzt auch im Layer-Baum aufgetaucht und da könnte ich jetzt noch Transparenz ändern. Ich kann die Legende abfragen. Ich kann mir auch die Gesamtlegende anschauen. Die ist jetzt hier recht groß, deshalb auch separat. Ich könnte es noch schieben. Okay, das soll hier mal reichen. Ich kann auch noch, wie gesagt, weitere Layer WMS, WFS oder auch KML hinzuladen, entweder als Service oder über Files. Ich nehme jetzt mal ein WMS. Ups. ein Punkt fehlt. Jetzt kommen hier, das sind jetzt sehr viele Layer, nehme ich auch wieder was mit Zonen. Was könnte es hier haben? Bauzonen müsste es geben. Ja gut, es ist gerade, also es kam diese Bauzonen-Layer zuoberst. Das ist gerade ein Kandidat, um Transparenz zu setzen. Also das ist jetzt ein zusätzlicher WMS-Layer, der hinzukam. Ich kann jetzt den auch, gibt es so einen Vergleichsmodus, für ein Gleichstool, wo ich den obersten Layer ein-ausblenden kann oder eben so überlagern kann. Bei den Werkzeugen gibt es Messwerkzeuge, die sind Position, Länge, Fläche. Bei der Länge ist noch ein bisschen speziell, dass hier gerade das Profiltool gekoppelt ist, wo ich dann auch Höhenprofile erhalte, wenn der Service im Hintergrund läuft. Ich habe Redlining-Funktionen, wo ich Punkte setzen kann, Beschrift oder Polygone. Da kann ich verschieden füllen, Transparenz setzen. Das ist relativ einfach bedienbar. und die kommen dann auch im Druck oder im Austausch. Das ist das Teilen-Werkzeug. Also wenn ich jetzt hier so eine Short-URL erzeuge, dann sind diese Redlining-Geometrien, die ich jetzt gerade gemacht habe, die sind da enthalten. Im Gegensatz zur URL, die oben ist, da ist auch sehr viel enthalten, aber beim Redlining, da fehlt dann der Platz, um das auch hier reinzukriegen, aber grundsätzlich kann man auch die ungekürzte URL austauschen, zwar als Startadresse. Das ist das Permalink-Tool. Dann gibt es noch eine Raster-Export-Funktion und dann, wichtig, das muss ich jetzt zeigen, die Druckfunktion. Hier habe ich die Druck-Templates aus dem Kugis-Projekt zur Verfügung. Wir haben jetzt hier was, wo das Redlining drin ist. Ob das funktioniert dann auch. Ich kann noch einen Text hinzufügen jetzt bei dieser Konfiguration. Und jetzt kommt die Druckfunktion. Das ist ein PDF-Downloader. Geht jetzt gerade ein bisschen länger. Ja, doch, es kommt. Das ist jetzt ein relativ einfaches Template mit dem Logo, meinem Text und dem Inhalt, den ich gerade gesehen habe. Ich hätte es noch rotieren können, aber da ist einfach das Template, das in Kugis hinterlegt wurde. Hier Login. Das brauche ich dann für privilegierte Aktionen. Das ist zum Beispiel auch das Editieren. Das funktioniert analog oder sehr ähnlich dem Redlining. Einfach, dass auch noch Attribute dazukommen, die ich da eingeben kann. Es gibt noch so einen Fullscreen-Modus, wo ich dann noch weniger Randplatz brauche. Oder das Umgekehrte ist der Mobil-Modus, den ich jetzt hier nur simulieren kann. Stimmt jetzt nicht hundertprozentig, weil das Logo wäre jetzt auch noch kleiner im richtigen Mobil-Modus. Es ist hier nicht ganz optimiert wie in Wirklichkeit. Aber man kann sich es vorstellen oder man sieht schon, dass diese Anordnung der Buttons auch recht gut funktioniert für den Mobil-Modus. Man kann auch hier von jetzt so einen Shortcut auf den Startbildschirm nehmen und hat dann so eine App-ähnliche Applikation, die einem Browser läuft ohne Adressbar. Das heißt, es fühlt sich dann eigentlich wie eine App an. Ja, ich glaube, das wäre so ein Schnelldurchlauf. Da habe ich so möglichst viele Funktionen gezeigt. Jetzt komme ich zum Backend. Das haben wir jetzt QVC-Services genannt und Modular und eben Microservice orientiert. Das ist auch ein Titel und da gehe ich noch drauf ein. Es sind hauptsächlich Python-Flask-Applikationen. Das ist so ein Python-Mikro-Web-Framework, das sich gut eignet, um kleine Web-Applikationen zu machen. Und das ist auch das Ziel, dass die möglichst klein sind. Und überschaubar integrierte API-Dokumentation mit Open API, also Swagger. Und das Ganze kann man deployen entweder als Docker-Container oder auch als WSG. Das ist die Adresse, GitHub, QVC-Services. Da sind halt jetzt alle diese Services als einzelne Projekte drauf. Und so sieht das in einem Schema aus. Ich muss aber hier schon einiges zusammenfassen, weil wenn ich wirklich jeden Service nehme, sind das noch mehr Kästchen. Ich habe so verschiedene Stufen. Ich habe Browser, ich habe ein API-Gateway, der auf die verschiedenen URLs auf die Services verteilt. Und dann habe ich die Frontend-Services und dann die Backend-Services, die ich jetzt in diesem Vollausbau nicht mehr direkt anspreche. Also Kugieserver ist hinter einem OGC-Service, Just Reporting ist hinten dran und ich habe einen Config-Service und natürlich die Datenbanken, die auch in einem privaten Bereich sind, einem internen Bereich. Hier die Auflistung dieser Dienste, der Map-Viewer, der eigentlich die HTML- und JavaScript ausliefert, was ich dann im Browser sehe. Ich habe den OGC-Service, der WMS-WFS ausliefert mit zusätzlichen Zugriffskontrollen, dass ich halt gewisse Layer sehe oder nicht sehe. Und der Druckservice ebenfalls Zugriffskontrollen, welche Templates darf ich verwenden, welche nicht. Suchdienst, das ist ein Such-API, wo ich dann weitere Suchen implementieren kann, benutzer-spezifische, den Data-Service für das Lesen und Schreiben von Daten. Also wir machen jetzt nicht WFS oder WFST, sondern haben hier ein Geo-Chasen, also erweitertes Geo-Chasen-Dienst für das Lesen und Schreiben. Map-Info ist so eine Rechtsklick-Info, die man entsprechend umsetzen kann. Permalink-Service haben wir gesehen und Elevation-Service haben wir in der Demo gesehen. Das Admin-GUI haben wir jetzt nicht gesehen. Es gibt ein Web-GUI, das die Konfigurations-DB abbildet, um die zu pflegen. Das User-Gruppenmanagement ist da drin. Wir haben so einen rollenbasierten Zugriff auf Ressourcen und da gibt es verschiedene Typen, also es gibt Karten als Ganzes, es entspricht den Kugel-Projekten, es gibt die Druck-Templates, es gibt Layer und auch, ich kann in den Layer noch auf einzelne Attribute einschränken. Bei den Daten kann ich einschränken und zwar bis auf Create, Read, Update, Delete-Rechte. Ich kann auf einzelne Viewer einschränken oder auch noch Tasks, also welche Buttons sehe ich oder habe ich Rechte drauf und dieses Ressourcen-Konzept ist auch erweiterbar, ich kann auch benutzerdefinierte Ressourcen hinzufügen in der Datenbank. Die Authentisierung ist ebenfalls modular aufgebaut und zwar funktioniert das technisch dann so, dass halt die Authentisierung gegen ein bestimmtes Backend passiert und die dann ein JVT-Token ausstellt, das dann einheitlich für die verschiedenen Services genutzt wird. Und jetzt gibt es verschiedene solche Authentisierungen, es gibt die DB-basierte, also quasi die einfachste, ich habe meine eigene User-DB und schaue da, also mache da das Login über diese User-DB-D selberpflege, dann gibt es LDAP-basiert, die auf ein LDAP- oder Active Directory geht und es gibt auch noch Kerberos und Sammel-Implementationen. Die Intendien-Dienste, also die man der User nicht direkt anspricht, ist einerseits noch ein reines Basismodul, der nicht mehr ein Code-Modul ist und dann gibt es einen Config-Service, der alle Zugriffsrechte kontrolliert, also der die DB-Abfrage macht und dann die Informationen an die anderen Services gibt, was darf der User machen oder auch eine userspezifische Konfiguration ausliefert. Und dann ebenfalls im Hintergrund des Cookies und für den Reporting-Service haben wir im Hintergrund Jasper Report noch einen Service drum gebaut, der das damit Jasper Reporting als einfacher Web-Service betrieben werden kann. Da gibt es verschiedene Orte, wo man konfigurieren kann. Ich beginne da mal unten, also wenn man bei den Geodaten beginnt, wir haben links Cookies-Server und das Wichtigste sind natürlich die Cookies-Projekte auf der linken Seite. Da steckt am meisten Konfiguration drin und das Ziel ist eigentlich auch möglichst viel über die Cookies-Projekte zu konfigurieren. Das ist die linke Schiene, dann haben wir Jasper, die Reporting Schiene, wo wir natürlich die Jasper Reports erstellen können und dann haben wir diese vielen Services, Suche, Authentisierung und da kann ich auch eigene Services noch dazu packen, wo eine spezifische Applikation dahinter steckt und ein spezifischer Dienst. Wenn ich sowas mache, dann muss ich normalerweise auch im Client was customizen, das heisst ich muss dann halt auch entsprechende Masken machen, das kommt dann in den QVC-Viewer über diesen Mechanismus, den ich gesagt habe, man schreibt JavaScript, kompiliert das quasi mit Webpack, hat dann noch so eine JSON-Konfiguration und das Resultat ist ein QVC-Viewer, JavaScript, CSS, plus noch Fonts. Zwei Minuten noch, gut, das ich muss noch was über Microservices sagen, weil ich habe es im Titel und es ist nicht nur jetzt wegen einem Schlagwort, sondern wir sind eigentlich unter Resten wirklich überzeugt, dass es auch eine gute Sache ist, also Aufteilung in möglichst kleine, möglichst lose gekoppelte Dienste, Schnittstellen, die untereinander kommunizieren. Also wir haben hier so ein REST-API, das einerseits zum Teil Public ist und zum Teil halt auch interne Dienste, wie sich die dann wie die untereinander kommunizieren. Betrieben wird das häufig mit Docker, das ist eine Container Virtualisierung, wo man auch darauf achtet, dass man in einem Container möglichst nur ein Service betreibt, kann dann diese Images über eine Registry verteilen. Das sind einzelne Dienste und wenn ich diese Docker Container betreiben will, produktiv, dann brauche ich noch eine Software, die schaut, dass die immer laufen und da ist dann die Größeverbreitung eigentlich Kubernetes, das so ein System bietet, das auch bis zur automatischen Skalierung dann reicht. zur letzten Folie oder zum Abschluss, was sind jetzt diese Vor-Nachteile, wenn ich diese kleinen Dienste habe, zuerst sieht man wahrscheinlich die Nachteile, ich habe sehr viele Services, die muss ich alle irgendwie betreiben und das ist tatsächlich eigentlich ein Nachteil, ich habe mehr Debit Connections, weil jeder Service hat wieder seine eigenen Connections, ich Qualierbarkeit, wo ich eben nur den Kugieserver oder nur den Suchdienst skalieren kann und die anderen Sachen sind weiterhin in einer Instanz. Das ist ein großer Vorteil, diese Separierung von der Authentisierung und Autorisierung ist beim Monolith eigentlich fast einfacher, da prüfe ich an einem Ort und kann dann die Rechte in der Software überall mitführen, hier muss ich spezielle zusätzliche Dienste anbieten, das wird eher ein bisschen komplizierter in der Umsetzung, dafür ist die Modular, es ist einfach ersetzbar, ich kann auch besser mischen technologisch, also ich kann einen Dienst in Java schreiben, einen Python und auch migrieren, also ich migriere auf eine neue Version, ein Container kommt schon in die neue Version daher, also ich bin da flexibler. Das ist so die Liste, zum Schluss noch die Links, die dann in den Folien sind, also wir haben uns auch Mühe gegeben, recht viel Dokumentation zu schreiben und unten noch ein paar Beispiele, wo man das öffentlich anschauen kann. Gut, das war's, danke schön. Ja, vielen Dank Pirmin, da geht ja ständig auch was weiter in QWiS Air Client 2, ist schön zu sehen. Gibt es Fragen gerade zum QWC oder auch zu dem Microservices Ansatz? Da hätte ich nicht passieren müssen. Habt ihr schon Feedback auch vom Betrieb und so mit dem Microservices Ansatz von den Kundendesign Setzen? Ja, die Kunden haben jetzt viel Zeit oder viel Arbeit investiert, um solche Docker-Umgebungen aufzubauen, aber das wollten sie eigentlich sowieso, eigentlich die IT will das auch, weil das kommt eigentlich auch in anderen Bereichen und an gibt es weitere Fragen? Können beim Redlining dann auch irgendwann mal geometrische Formen konstruiert werden? Ein Kreis zum Beispiel? Also wir haben jetzt wirklich nur Linie Punkt Polygone Kreise könnte man machen zum Beispiel also wir haben jetzt gar nicht aktuell vor oder hat es noch niemand so gewünscht kann man machen Ja, danke für die Vorstellung erstmal ich frage mich noch bezüglich der Einbindung von 3D-Daten Stadtmodelle zum Beispiel oder externe Viewer Die Frage kommt jetzt also ist jetzt interessanterweise gerade mehrfach gekommen ich meine da ist auch unsere favorisierte Umgebung Cäsium eigentlich so und wir haben jetzt noch nicht darüber nachgedacht wie wir es dann wie eng wir es integrieren können für mich ist ein 3D-Viewer eine relativ separate Geschichte eigene Navigations Arten es ist eine recht separate Sicht wird wahrscheinlich kommen und am ehesten mit Cäsium Da ist eigentlich mehr Arbeit drin dass ich die Tiles produziere also wie kriege ich die Daten rein ich meine einzelnes Gebäude ist noch ein Problem oder eine Sache die können wir einfach die können wir machen aber ganze Stadtmodelle da muss ich vorprozessierte 3D-Tiles haben haben wir und da ist eigentlich dann noch recht viel Arbeit drin dass diese Teils dann effizient vorhanden sind das